Wenn du deine schwache Hand in die starke Hand Jesu legst, behütet er dich vor dem Fallen und lässt dich nie allein. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 gaben die Niederlande ihre Neutralitätserklärung ab. Doch schon 1940, als das Dritte Reich sich mühte, ein Land nach dem anderen in Europa zu besetzen, spürten die Niederländer, in welchem Spannungsfeld sie sich befanden. Am 10. Mai hörten die Bewohner der Stadt Haarlem Bomben auf den nahen Flughafen Schiffhol fallen. Der Krieg hatte nun auch Holland erreicht. Während die Niederländer ängstlich vor den Radiogeräten hockten, um zu hören, was geschehen war, erklang die vertraute Stimme der Königin, die verkündete, dass die deutsche Wehrmacht ohne Vorwarnung in die Niederlande einmarschiert war und die niederländische Armee sich bereits auf dem Rückzug befand. Nur vier Tage später, am 14. Mai, kapitulierte die Regierung und das Königshaus floh nach Großbritannien ins Exil. Ohne zu zögern, errichtete das Dritte Reich nun auch in den Niederlanden seine Schreckensherrschaft. Schon kurze Zeit später begannen die Deportationen von Juden, Sinti und Roma in die Konzentrationslager. Aber eine kleine Gruppe mutiger Holländer begann damit, die Verfolgten vor der Gestapo zu verstecken. Über einige Jahre funktionierte dies sogar recht erfolgreich. 29. Februar 1944, Haarlem, Nordholland. Ein Mann betritt das Uhrengeschäft der Familie Ten Boom in der Bartelsjori Strat 19, der Bayer, wie sie auch genannt wurde. die ich schon viel drum allow, ich hab, meistens noch nicht im Aufmerksamkeit besopt. 41. 41. 43.